So, da sind wir wieder. Ich muss mich leider ein bisschen entschuldigen, weil ich habe eben so ein bisschen schon weiter gespielt gehabt und nebenbei ist mir meine Kamera abgeschmiert, weil sie einfach schlicht und ergreifend leer war. Nun ja, ich habe des Weiteren auch noch eine Sequenz getriggert und ein Rätsel gelöst sozusagen. Man musste sich nämlich hier in den Gyro-Generator stellen und ein paar Boosts machen und dann hat man hier diesen Ring auch hochgemacht. Ja, genau. Dann konnte man hier durchgehen und hier hat man eine epische Sequenz gesehen, wo man dieses ganze Gebiet nochmal von allen möglichen Perspektiven gesehen hat. Das sah recht futuristisch aus und ja, ist jetzt aber nicht so weltbewegend gewesen. Gut, dann machen wir an dieser Stelle einfach mal weiter. Ich habe mir gesagt, ich wollte nicht mehr lange spielen. Ähm, was haben wir denn hier? Ja. Äh, Luminotischen Tech-Container, Tech-Container, keine Ahnung. Objekt verfügt über hochsichere Schließsysteme. Zum Freilegen des Inhalts müssen sie zerstört werden. Ja. Sieht ja schon mal gut aus. So, und nebenbei finden wir hier ein paar Kommando-Piraten. Beim letzten Mal hatte ich hier gesagt, man kann sie mit einem großen Schuss Darkbeam einfrieren und dann muss man aber möglichst schnell handeln. Und zwar dann noch ein, ähm, dann noch ein Missile nachschießen und sie explodieren. So, und noch ein Missile und zack. So, das war's schon, glaube ich. Oh nee, da hinten haben wir noch einen. Zack, und boff. So. So schaltet man Kommando-Piraten aus, wenn man's, äh, effizient machen will. Ja. So in Massenvernichtung und so. Ähm. Muss man sich ja mit auskennen. Nein. Äh. Was haben wir denn hier? Da, da, da. Äh. Strukturende Wanddapf. Beschwächen. Schuss mit, Beschuss mit schwerem Geschütz könnte ihn zum Einsturz bringen. Hm, ja, mhm, ja. Scanvisor beschädigt. Äh, Abdeckung besteht aus Benzium. Ja. Hier kommen wir erstmal nicht durch. Ja, genau. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter, weiter, weiter. Da ist nichts Neues mehr. Nichts Neues, nichts Neues. Man hätte übrigens auch die radioaktiven Behälter benutzen können. Das wäre vielleicht etwas munitionssparender gewesen. So im Gesamten, aber... Nicht so wichtig. So, gehen wir einfach ein bisschen weiter. Ah, super. Hier war der Eingang. Oh, ich bin so ein Depp. Und den geben wir wieder weiter. Hä? Hilfe? Was? Bitte? Hat mir da jetzt drei Leben gezockt. Äh. Drei Energiecontainer. Nee, nicht so viel, aber... Es war schon eine beachtliche Summe. Ja. So, was haben wir hier? Octopit. Abtrünnige Botendrohne. Leicht gepanzert. Defekte Einheiten können sich zur Selbstverteidigung sprengen. Super. Ihr merkt hier, dass wir hier ganz viele Roboter haben, die wir ausschalten müssen im Himmels Tempel. Ähm. Ja, die geben auch ganz schön viel Leben. Das finde ich gut. Und diese Roboter, ja, heißen alle Mechanoids. Hab jetzt gern abgeschlossen. Teil eines Systems zur Verarbeitung von Lichtenergie. Von diesen Kugeln wird Energie zu weiteren Bereichen des Festungskomplexes geleitet. Eine Sicherheitssperre verhindert den lokalen Zugriff auf die Energiespeicher. Ja. Und diese Mechanoids wird es hier in der Himmelsfestung überall geben. Also, insgesamt alle möglichen Arten von Mechanoids finden wir hier. Beziehungsweise Mechanoids finden wir fast nur hier. So. Was haben wir hier? Äh. Taktische Auswertung abgeschlossen. Mechanoids Objekt ist eine inaktive Kampfdrohne. Einheit ist außer Betrieb und befindet sich im Ruhemodus. Es werden keine Steuersignale empfangen. Kampfsysteme sind ebenfalls außer Betrieb. Verteidigungsmatrix ohne Energieversorgung. Hä, was steht da als nächstes Wort? Key reagiert auf keinerlei Impulse. Kann ich nicht mehr lesen? Was war das denn? Egal. Äh. Okay. Nicht im lokalen Raumzeitgefüge. Ja, das sagt uns. Wir müssen eine Zielanvisierung anwenden. Und zwar mit dem dunklen Visor. Und dann... Okay, was haben wir hier? Noch ein Mechanoid. Wer hätte das gesagt? Red Spit abtrünnige Patrouillendrohne. Variable Beamgeschütze. Und ein System zur Verbreitung von digitalen Viren machen dieses Objekt sehr gefährlich. Denn Abschirmung gegen Beschuss und die Fähigkeit zu Phasenverschiebung schützen ist umfassend. Ja. Am besten man versucht die Dinger mit Supermittel zu erledigen. Da reicht mich zwei Schüsse soweit. Ich weiß ja. Genau. Oh, der Sozi kann sich an etwas erinnern. An etwas, das sogar mehr oder weniger wichtig ist. Aber ich finde allein schon diese Aufmachung von dem Level hier, also von dem Land, das ist eigentlich voll genial. Und auch die Musik, die ihr leider nicht hören könnt, ist auch gut dargestellt. Also hört sich ja futuristisch an. So, was haben wir hier? Einer der Erwartungssystems für Reaktoren. Diese Servomechanismen arbeiten trotz Unterversorgung weiter. Hohe Strahlenbelastung hat Einheiten noch nicht außer Betrieb gesetzt. Allerdings wird die anhaltende Belastung zur Abnehmung der Effizienz und schließlich zum Kollaps des Systems führen. So, was haben wir hier? Einen Gegner. Quad-KM, ne, HM. Quad-HM, genau. Abtrünnige Kampfdrohne. Auf Nahkampf spezialisierte Haupteinheit. Unterseitiges Abluftsystem lässt sich mit Hilfe von erschütternden Attacken beschädigen. Rotationssequenz kann mittels Booster-Attacken abgebrochen werden. So, um dieses Ding zu zerstören, können wir erstmal den Kopf besiegen. Und wenn er sowas macht, dann können wir in Boost-Ball schalten, also in Moth-Ball schalten und versuchen es mit Boosts zu killen. Aber das ist dumm. Wir sollten, also, ja genau, jetzt sollten wir wieder in Moth-Ball gehen. Aha, und jetzt können wir ihn beschädigen. Ja, gekillt. Wunderbar. So, was machen wir jetzt hier? Was machen wir jetzt hier? Hm, hm, ja, alles schön und gut. Übersetzungsmodul. Hier können wir reingehen. Aber das sind Red Spits. Die lassen wir erstmal Red Spits sein. Äh, hier haben wir, mhm. Verbindung zum Steuersystem ist TORs nicht möglich. Der luminotische Text kann nicht übersetzt werden. Äh, Update des Übersetzungsmoduls, ja. Auch hier müssen wir uns im Tempel zunächst ein Übersetzungsmodul für unseren Scanvisor holen, damit wir das Ding scannen können. Hallo. Naja, gehen wir hin, aber zuerst mal in diese Misseltür und erdecken hier, dass wir eine Sprecherstation haben. Und an dieser Stelle möchte ich für heute dann auch erstmal, äh, beenden, weil wir haben jetzt schon richtig lange gespielt eigentlich und, ja, wir haben sogar TORs beendet. Und sind jetzt in der Himmelsfestung und, äh, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Bis dahin macht's jedenfalls gut und freut euch bis zum nächsten Mal. Ciao.